Das eine dieser kleinen Mädchen hüft jetzt in den Ostsektor. Und jetzt wieder auf unserer Seite. Sehen Sie, jetzt sind beide im Sektor Francaise. Sowas kommt hier nicht nur beim Spielen vor. An der Baufluchtlinie scheiden sich die Systeme. Und Fluchtlinie hat hier einen doppelten Sinn. Wenn dieser Ball noch ein Stück weiter fliegt, dann... So, jetzt hat ihn der Fopo. Jetzt ist er im Ostsektor. Jetzt ist er dort, wo die Mark 30 Pfennige wert ist. Wo man vorsichtig sein muss, wenn man zu einem von der Partei sagt, du hast wohl Tomaten auf die Ohren.